Einen Computer, den darfst du eigentlich nicht spüren. So sollte es eigentlich sein. Ja, computermäßig. Ich habe noch direkt vor Ende des Jahres, hier hinten, das sieht man im Moment nicht, der Tom wird es nachher noch gleich aufnehmen, einen neuen Cheese Grater Mac Pro gekriegt, den 2019er Modell und habe den über Weihnachten eingerichtet und jetzt gerade seit knapp einer Woche ungefähr in Betrieb und läuft schon auf macOS Catalina, alles rüberkopiert und läuft alles soweit, sehr gut. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich ihn schon direkt im Einsatz halten kann, die ersten zwei, drei Wochen oder ob noch irgendwelche Softwares fehlen, aber es ist zumindest bei meinem persönlichen Setup ist alles am Laufen, alles kompatibel, also von daher überrascht und läuft natürlich super gut. Natürlich auch fünf Jahre Unterschied jetzt von der alten Maschine zur neuen Maschine, also da hat sich natürlich irgendwie einiges getan. Ich habe aber auch noch nicht die Kiste wirklich in einem super fetten Projekt gefahren, das heißt ich kann noch nicht genau sagen, wie mehr die Leistung von der neuen Maschine ist, aber so der erste Überflug, das lädt schon mal alles irgendwie deutlich schneller und es ist einfach fixer, es fluppt alles mehr und so und ich habe natürlich jetzt auch deutlich mehr RAM in der Maschine drin wie in der alten und das ist halt ganz schick. Ich habe 160 GB drin jetzt. In der alten waren es deutlich weniger. Die alte hätte sowieso bei 128 GB dicht gemacht irgendwie und ich habe in dem jetzt 160 aktuell drin und habe immer noch vier Bauplätze für RAM frei und auch nicht die größten Chips gekauft. Also von daher, da ist noch viel Platz und Erweiterungsmöglichkeiten in der Kiste drin. Ehrlich gesagt auch so, es gab einen einzigen Hersteller, die aktuell keine kompatiblen Plugins haben, ist OMFORCE. Ich muss aber auch zugeben, ich habe mit denen in den letzten Jahren wirklich nur noch ganz ganz wenig gemacht. Das ist die einzige Firma, die ich aktuell nicht installiert habe. Alle andere sind installiert und laufen. Auch Soundtoys hat mittlerweile eine kompatibel. Das kam gerade zu dem Zeitpunkt raus, dass ich die Maschine gekriegt habe. Ich habe ihn tatsächlich am 24.12. gekriegt. War also ein Weihnachtsgeschenk. Cubase, neueste Person, läuft schon, Vienna Ensemble Pro läuft, Kontakt, die ganzen Native Sachen, Arturia alles, Wavesleeve, so eigentlich Querbet, Fabfilter, PSP-Audioware, so ziemlich alles, was ich irgendwie so regelmäßig in Verwendung habe, ist alles am Laufen. Die ganzen Yuhei-Sachen laufen auch. Also im Großen und Ganzen war das irgendwie alles okay. Aber gleich auch bei mir, ich dachte mir dann so, okay, was halt nicht läuft, weil ich wusste, dass ein sehr, sehr großer Teil schon laufen wird, war auch da bei mir die Überlegung, das alles rauszukicken, Notfalls. Gut, ich meine okay, ich weiß, das ist halt mit Programmierung immer ein bisschen schwierig, aber es sind jetzt halt auch schon ein paar Monate, dass Katalin da draußen ist, deswegen war das irgendwie ganz schick. Auch Treiber für das Presonus Audio Interface, das Quantum, lief. Also von daher, das war alles irgendwie ziemlich sauber eigentlich. Und keine Migration gemacht, mache ich beim Studiocomputer generell nicht. Ich will einfach die alten Treiber und alles, was auf der Kiste nicht verwendet wird, nicht mehr drauf haben. Deswegen von Grund auf neu installiert. Das hat auch nicht so lange gedauert, weil die ganzen Sound Libraries auf einer externen Platte ist. Ich muss sie dann nur verlinken. Das dauert halt mal kurze Stunde und dann ist es gut. Von daher, das war relativ problemlos und ich hätte die alte Maschine jederzeit weiterlaufen lassen können. Das ist die Trashcan noch mit der 1014 Mojave. Den habe ich noch direkt hier hinterm Bildschirm. Im Moment noch da, weil vielleicht habe ich noch ein paar Plug-In-Presets vergessen drüber zu kopieren oder so. Ich denke dann so zwei, drei Wochen mehr wird das Ding dann zu mir nach Hause gehen und wird dann so ein kleines Side-Setup dann mit Speakers und einem Master-Keyboard, dass ich auch da mal ein paar Sachen editieren kann. Das ist eigentlich so der Plan. Aber so im Großen und Ganzen läuft alles. Super. Ja, also ich muss zugeben, der Sprung von dem alten Cheese Grater, der da noch steht, den habe ich auch noch gerade hier. Der ist mittlerweile halt wirklich nur noch irgendwie quasi Paperweight, wie man hier schön sagen. Zu der Trashcan war ein deutlich krassere Sprung von der Rechenleistung, wie zumindest was ich in den ersten Tests zur neuen Maschine gemacht habe. Wobei der erste Cheese Grater, den ich hatte, der habe ich vor zehn Jahren gekauft. Der war damals halt dann schon wirklich nach fünf Jahren ziemlich an der Wand. Die Trashcan ist deutlich weiter noch mit der Rechenleistung im Verhältnis. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie schon wieder Spuren einfrieren musste und sonst irgendwas lief. Alles irgendwie sauber. Aber ich merke halt schon allein, wie schnell der Projekt eröffnet und so weiter an Daten zieht und so. Und das fluppt halt alles schon ganz anders. Also gut, da sind halt auch nur mal fünf Jahre Computertechnik drin und es ist ein 12-Core. Der alte war ein 8-Core. Der RAM ist schneller. Das ist auch ein deutliches Anstieg. Das sind jetzt 2900 Frag-mich-tod irgendwie. Megahertz oder so. Aber wie gesagt, ganz große Projekte. Ich habe die Kiste noch gar nicht aufgemacht, weil das ist alles noch echt ganz neu. Aber so im Großen und Ganzen erster Eindruck ist schon, fluppt echt. Und ich habe das Ding natürlich dann auch offen gehabt, weil ich noch eine kleine PCI-Karte installiert habe für mehr USB-Schnittplätze und so weiter und den RAM eingebaut habe. Das Ding ist auch innen drin, also wirklich super geil designt, modulartechnisch. Also es ist wirklich, du kommst dann alles super einfach ran. Kiste aufzumachen und zuzumachen ist super einfach. Das ist schon auch echt cool designt aus dem Gesichtspunkt raus. Du kannst auch die Kiste, wenn du willst, tuto komplett in Einzelteile zerlegen. Das ist super einfach, irgendwie mit der Kiste Upgrades zu machen. Das ist schon sehr gut. Da haben sie sich mit dem Trashcan natürlich echt ein bisschen in die Ecke designt. Das war nicht schick. Aber so aus der Eindruck ist schon echt cool. Also Das geht leider Gottes auch ein bisschen in die ganze Kategorie, wo halt auch viel Journalismus mittlerweile ist. Das ist dieses ganze Clickbait-Ding und so weiter und so fort. Ja, du kannst ein Mac Pro auf 50.000 Dollar und noch höher hochbohren. Wer macht das? In unserem Bereich Musik, wo du mit DAWs arbeitest, brauchst du keine einzige abgegradete Grafikkarte. Wir arbeiten weder mit 5K-Monitoren, noch arbeiten wir mit mehreren 5K-Monitoren, noch müssen wir 8K Video rendern, noch schneidern, noch sonst irgendwas. Die Kiste hat die Grund-Grafikkarte, mit der der Mac Pro drin kommt. Und die Grafikkarte hat so viel mehr Leistung, wie das, was in dem Trashcan drin ist. Und ich betreibe damit einen 4K-Monitor. Die Grafikkarte ist sich wahrscheinlich rund um die Uhr am langweilen. Wir brauchen es nicht. Diese ganzen Grafikkarten sind für DAW-Verwendungen völlig uninteressant, aus meiner Sicht. RAM wird es natürlich interessant und die 128GB RAM-Chips, die sind natürlich momentan auch wirklich noch sauteuer. Ich habe auch keine 128GB-Chips drin, es sind kleinere, weil die noch deutlich billiger sind. Aber wenn du halt auf eineinhalb Terabyte RAM gehen willst, dann wird es schon mal richtig teuer. Und je nachdem, was du halt sonst noch irgendwie an Expansion-Cards da reinbauen willst und so weiter. Ja, da kann man viel Geld ausgeben und mit den Cores, dann kannst du dich auch irgendwie in ganz andere Regionen hoffahren. Aber ich meine, ich habe jetzt eine Nummer über dem kleinsten genommen, den 12-Core, mit dem auch schneller einen RAM verwenden kannst. Und ich gehe davon aus, dass ich irgendwie erstmal Leistung, für was ich mache, bis zum Arzt habe irgendwie. Also das ist diese ganze Diskussion, oh, kostet 50.000 Dollar der Rechner. Nein, der kostet keine 50.000 Dollar. Da geht bei 6.000 Dollar los. Und für jeden, der von einer Trash-Can kommt, der wird die Kiste nicht auf 30.000 Dollar auch bohren. Also das wäre mir, wenn jetzt nicht gerade irgendwie Hans Zimmer oder sonst wer bist, und der ist, glaube ich, auf PC, dann brauchst du die Größe nicht. Wir brauchen die ganzen Grafikkarten nicht. Also diese ganze Diskussion ist ehrlich gesagt ziemlich silly. Das hat mich ziemlich aufgeregt, bis ich ehrlich bin. Aber gut. Ich muss zugeben, einer der Hauptgründe, warum ich mich jetzt noch ganz schnell vor Ende des Jahres gekauft habe, war eine Steuerabschreibung. Wie gesagt, die alte Kiste läuft noch einwandfrei und ich hätte theoretisch noch keinen neuen Rechner kaufen müssen. Aber ich dachte mir, okay, es sind wieder fünf Jahre vorbei. Steuerlich war auch, das für mich für dieses Jahr echt auch ganz angebracht, noch mal eine Ausgabe am Ende zusammen. Also dachte ich mir, komm, gut, kaufst du die Kiste. Wenn noch nicht alles läuft, ist schön, dann steht da nochmal zwei, drei, vier Wochen irgendwie nebenbei, während ich den nebenbei installiere und arbeite noch mit der alten Kiste weiter. Aber muss ich nicht. Die neue Kiste läuft schon, ist alles installiert und läuft. Also ja, soweit glücklich. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt nicht so, dass es für mich irgendwie ein... Das ist nicht die Maschine, die mir die Kreativität an sich gibt, was mir wirklich bei der ganzen Sache hilft und worauf ich auch eigentlich achte. Ich will den Rechner nicht spüren, dass es ist eigentlich genau die Kiste. Du willst nicht irgendwie, ah, jetzt ruckelt schon wieder irgendwas, ah, da ist schon wieder, hier jetzt wieder was einfrieren müssen und so. Das nervt alles. Du willst einen Rechner gar nicht marken müssen. Das ist eigentlich irgendwie auf das, wo ich mich echt mit der neuen Maschine drauf freue. Der Alte hat so langsam so die ersten Medenzen nach fünf Jahren gehabt, wo ich halt mit aktueller Software dann so ein bisschen an die Grenzen so langsam gekommen bin, aber noch bei weitem nicht voll an die Wand gefahren habe. Also das ist so. Das finde ich, wo ein Computer muss... Den darfst du eigentlich nicht spüren. Das... So sollte es eigentlich sein. Abgänge hier. Also ich hatte ja hier immer so früher ein Rack mit meinen ganzen Waldorf-Maschinen. Der Waldorf-Puls ist noch hier im Rack hinten drin. Aber ich habe mich nach langen Jahren und nach vielen Überlegungen von meinem Waldorf-Q-Rack an einem Microwave XT getrennt. Die habe ich irgendwie gebraucht, verkauft. Habe aber selber ja noch hier in Waldorf-Quantum. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Waldorf-los wäre. Dachte mir aber einfach, ich habe mit den Kisten auch so viel gemacht. Ich habe ja damals auch kommerzielle Sound-Sets irgendwie für den Microwave XT gemacht und für die Waldorf-Q-Serie und generell Factory-Sound-Design für die beiden Maschinen für Waldorf und einfach wahnsinnig viel mit den Kisten gemacht und habe dann auch, muss ich ganz ehrlich sagen, die standen relativ lange nur noch rum und haben nicht viel mehr Action gesehen. Und dann habe ich ihn nochmal komplett durchgetestet, gecheckt, hey, bringen wir den noch was? Und dann dachte mir dann so, nee, komm, ich habe den Quantum. Das ist alles, was ich momentan brauche, Waldorf-Technisch. Und habe die beiden dann weggegeben. Und dafür ist jetzt unter anderem auch hier der ASM Hydra-Send 4. Das ist eine neue Maschine. Der kam jetzt gerade auch im Dezember raus. Mit dem habe ich auch noch nicht super viel gemacht, aber ich habe einen Tag mal mich ein bisschen mit der Kiste beschäftigt. Und das ist schon ein ziemlich cooles Ding. Und speziell, ich habe, das Interesse kam von einem Video von Sonic State, das ich gesehen habe. Da ist ein Nick über ein paar Features drüber gegangen, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich ziemlich cool. Und die Kiste ist nicht arg teuer. Der kostet irgendwie 1500 Dollar oder so. Und ich habe für die beiden Waldorf-Maschinen ja noch eine Kohle gekriegt. Und deswegen hatte ich den jetzt ja noch gekriegt. Und ich habe mir den als Keyboard-Version geholt, weil der einen Ribbon-Controller drin hat. Und das ist das Einzige, was ich vermisst habe, als ich meinen Andromeda verkauft habe vor ein paar Jahren. Weil der einen Ribbon-Controller hatte. Und das ist halt eine ganz coole Geschichte. Aber wie gesagt, auch das ist noch relativ frisch. Wir haben gerade erst Weihnachten gehabt. Und der kam, glaube ich, irgendwie eine Woche vor Weihnachten oder so. Also ich habe auch noch nicht wirklich viel mit der Kiste gemacht. Das geht jetzt dann so langsam los. Aber ein paar Sachen schon ausprobiert. Und das ist echt cooles Featureset. Und überall klingt auch für die Kohle echt gut. Und ist auch gut verarbeitet. Chinesische Firma mit bekannten amerikanischen Produktmanager. So. Das ist auf Hardware-Seite dann noch da. Und Software-Seite Cubase 10.5 mittlerweile. Da sind ein paar ganz neue schicke Features mit reingekommen. Du kannst mittlerweile im EQ mit einem anderen Kanal visuell vergleichen, was da abgeht, um einfacher mixen zu können. Das ist ein sehr schönes Feature. Was war noch ein 10.5? Ich habe das schon seit... Wann kam denn das raus? Ich glaube es... Ja, ja. Also es ist auch relativ neu noch irgendwie. Aber das... Ja, genau. Die Kanal-Färbung. Gut, mein, das ist es ja nicht irgendwie so ein weltbewegendes Feature. Aber das ist vom Visuellen her zum schnelleren Arbeiten ganz schick da und so weiter. Und aber wie gesagt speziell diese... Also Top-Feature für mich waren, wirklich dieser EQ-Vergleich in der Grafik. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schicke Geschichte. Auch hier Cubase 10.5 läuft eigentlich schon super sauber. Einen blöden Bug haben sie momentan, was Audio-Import angeht. Aber den kriegen sie auch noch los. Das ist so eigentlich auf Software-Seite. Neue Plugins. Ich habe von Fabfilter jetzt gerade noch das Reverb gekriegt oder mir gekauft, muss ich dazu sagen. Auch schon so erst ein paar Sachen herumgespielt. Ganz cooles Interface. Klingt sehr schön eigentlich für die Kohle. Aber auch noch nicht bis ins Detail ausgearbeitet. Also ich habe ein paar Sachen jetzt noch vor Weihnachten geleistet, die ich noch nicht ganz so unter die Lupe genommen habe. Aber so im ersten wusste ich schon, worauf ich mich einlasse. Genau. Das ist eigentlich so Software-Seitig. Sonst, das dürfte es eigentlich hardware-technisch Software-Seitig gewesen sein. Ja, ansonsten die restlichen Sachen kamen eigentlich mit Software-Updates. Unter anderem zum Beispiel hat Native Instruments ein kleines Reverb rausgebracht. Heißt Raum. Das ist mittlerweile in einem Complete-Bundle mit drin. Das ist ziemlich cool. Ne, halt, Quatsch. Das war kostenfrei für Native User als Weihnachtsgeschenk oder so. Irgendwie um den Dreh rum. Cooles kleines Plugin. Klingt ziemlich lustig. So, die ersten Sachen, was ich schon gemacht habe. Und dann noch Arturia hat in Pigments Version 2 hoch gehievt und er kann mittlerweile Granular. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Das ist auch noch relativ brandneu. Aber da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich habe aber Sounds für die erste Version von Pigments gemacht. Und dann nochmal Sounds für die aktuelle V-Collection 7, die im Frühjahr rauskamen. Und, oh, wenn wir beim Thema Sounddesign sind, ich habe auch an dem Native Instruments an einem Straylight mitgearbeitet. Habe da viele Sounds dafür programmiert. Das ist dieses auch ein Granular-Kontakt-Instrument. Das ist ziemlich cool. Das hat auch ein paar neue Ansätze für Granular gehabt, die ich ganz interessant fand. Gerade zu dem Thema hat mich tatsächlich jemand über LinkedIn die Tage kontaktiert. Das ist wohl ein neuer Startup. Da geht es genau um das. Da geht es um die Stereo-Platzierung. Und die Firma, also noch nicht ausprobiert, die wollten schon vorbeikommen. Kommen wahrscheinlich dann im Februar. Ich habe das eben alles schon mal weggeschwubt, ob man jetzt mit Lamm gerade alles wieder zeitlich kritisch wird. Angeblich haben die auch irgendwie gerade wieder so das neue Ei oder wie auch die neue Lösung dafür, um quasi Surround-Sound auf Stereo-Basis zu machen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil das haben schon so viele probiert. Und das ist halt alles immer irgendwie, irgendwas ist halt nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für das, was ich zuletzt irgendwie gemacht habe, über die letzten Jahre hinweg, ehrlich gesagt, war bisher alles immer noch auf Stereo-Basis. Also sowohl die Trailersachen, Production Library und ich habe im Sommer ganz interessant für eine ziemlich bekannte deutsche Bausparkasse irgendwie einen Corporate-Film gemacht. Das war auch noch ganz lustig. Alles Stereo. Da ist kein, kein, also Surround wäre dann wiederum was anderes dann noch für Kino und so weiter oder für VR-Anwendungen. Aber für alles, was ich zuletzt abgeliefert habe, war bisher alles noch auf Stereo. Da gibt es immer noch keine Anfragen oder bitten darum, hey, wir hätten gern Oral-Sound oder was auch immer sich das Ganze dann, wie man das Ganze dann nennt. Aktuell habe ich selber keine Verwendung dafür. Ich werde mir das dann mal nochmal angucken nach der Namen von der Firma, die mich da angeschrieben haben. Ich glaube, die sind aus San Francisco. Ich bin da auch immer ein bisschen skeptisch. Es haben schon so viele probiert und irgendwie, wir sind mittlerweile in 2020 und es ist halt immer noch keine Lösung da und es geht schon seit Jahren. Es ist hier binaural und sonst irgendwas. Das Problem ist halt auch immer, wenn du mit Lautsprechern arbeitest, ist die Sound-Wiedergabe stationär und du hast normalerweise an einem ganz bestimmten Punkt den perfekten Sound. In dem Moment, wo du dich irgendwo hinweg bewegst, ist das normalerweise alles futsch. Also jetzt im Extremfall ausgedrückt. Speziell in Studios natürlich ist das was anderes, weil du natürlich auch dann immer in diesem Klangfeld arbeitest. Aber wenn du jetzt zu Hause sitzt im Wohnzimmer und schaust einen Film an, hockst du einmal in der Mitte vom Sofa, dann hockst du links mit der Frau, rechts mit der Frau oder hockst mal auf... Verändert schon allein den Sound. Im Kino, da hockst du ja selber zum Teil an unterschiedlichen Stellen, wobei es da relativ gut gelöst ist. Aber ich bin da relativ skeptisch davon, wie du das machen willst, wenn du nicht wirklich direkt einen Kopfhörer immer an der gleichen Stelle über den Ohren hast. Ich bin aber auch kein Physiker. Das heißt, ich kann nicht eben sagen, ob es dafür wirklich eine Lösung gibt. Ich bin nur skeptisch. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie auf... Wenn du es nicht mit Kopfhörern machst, sehe ich es schwierig. Ja, das ist eben auch so die Geschichte. Also zum Beispiel Surround ist ja, wenn es gut gemacht ist und ich gehe auch immer noch weiterhin echt gerne ins Kino, auch wenn... Ich habe mittlerweile ein bisschen das Problem, dass so die Filme, die ich mir angucken will, ein bisschen nicht in die Geschmackslage von meiner Frau reingehen. Also wir waren halt nicht auf dem Kino. Wir waren aber zum Beispiel im letzten Star Wars jetzt drin. Und ich meine, klar, bei so einer Produktion, die können auch... Da ist ja die Kohle auch völlig wurscht. Da ist es natürlich auch im Kino echt ein geiles Erlebnis, wenn halt Sachen durch die Gegend fliegen und so weiter und so fort. Das ist schon geil gemacht. Gar keine Frage. Oder dann war ich auch zum letzten Mal, zum ersten Mal in Disneyland und haben da diesen Millennium Falcon Ride gemacht und so weiter und so fort. Und auch da ist es natürlich wirklich irgendwie auch soundtechnisch cool gemacht und so weiter und so fort. Das ist alles schick und schön. Aber wenn es halt wirklich irgendwie um die Band auf der Bühne oder sowas geht... Alles, was halt nicht wirklich irgendwie Multimeter ist oder so, ist halt Surround meiner Meinung nach fast schon überflüssig. Wo hören denn die ganzen Leute ihre Musik? Die setzen sich nicht hin in ihrem Home in einem Surround-Setup oder in einem, was weiß ich, 7.1 oder sonst irgendwas Setup. Nein, da ist Kopfhörer drin. Also Stereo. Und alles, was halt da drüber rausgeht oder so weiter, wird es halt schwindig. Also ich kenne auch ehrlich gesagt nicht so viele Leute irgendwie in meinem privaten Umfeld, die ein Surround-System zu Hause haben, wenn sie nicht selber wirklich irgendwie Film-Composer oder in dem Business irgendwie arbeiten. Von den Privatleuten wahnsinnig wenig. Deswegen, das hat bis heute nicht irgendwie Fuß gefasst, dass Bands reihenweise ihre Alben in Surround produzieren. Dafür ist der Markt wahnsinnig gering. Das ist leider Gottes. Das kann cool sein. Ich will das nicht irgendwie abreden. Aber wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, der allergrößte Teil an den Produktionen, an denen ich mittlerweile beschäftigt bin, ist immer noch alles Stereo, wenn es nicht wirklich irgendein Kinofilm ist. Die letzte Geschichte, was ich jetzt gerade gemacht habe, war eine neue TV-Serie, die habe ich von Adli Overson wieder gemacht. Mit dem arbeite ich ja wahnsinnig viel zusammen. Der hat eine neue Apple TV-Plus-Serie. Ich weiß aber auch noch nicht hundertprozentig ganz genau, wie weit da schon Sachen bekannt war. Ich habe da aber auch ehrlich gesagt nur Sounds gebaut dieses Mal. Die letzte größere Geschichte, ich habe ein Rambo-Trailer zum Beispiel Placement gehabt oder mittlerweile hat die ein oder anderen Trailer-Placements gehabt. Das ist ganz lustig irgendwie. Und dieses Jahr eine relativ große Corporate-Geschichte. Das war eben eine deutsche Bausparkasse, wo ich einen direkten Kontakt hinzu hatte. Das ist mir ein bisschen in den Schoß gefallen. Aber das war relativ interessant, weil das lief über einer großen deutschen Agentur und das lief über Jung von Matt. Und das ging über zweieinhalb, drei Monate hin und her, bis es alles durch war und so weiter und so fort. Das war halt deren neue Marketing-Kampagne. Das war so auch natürlich two moving pictures, aber natürlich irgendwie komplett außerhalb von Kinofilmen oder so. Das ist halt quasi eher Richtung Werbung dann sozusagen. Aber auch das war lief auf eine ähnliche Weise ab. Du hast ja da nicht unbedingt direkt mit dem Regisseur zu tun, sondern halt dann mit der Werbeagentur und geschweige dann mit dem eigentlichen Kunden. Und das war ein ganz interessantes Projekt. Ich hoffe, dass da auch dann nochmal Sachen nachkommen. Das lief echt gut über die Bühne. Aber dieses Jahr habe ich wirklich irgendwie wahnsinnig viel eben viel auch Trailer und wieder Library-Musik gemacht. Und da mittlerweile reihenweise halt Placements in die großen Shows hier in den USA. Dateline ist eine bekannte Krimi-Doku-Serie. Das ist sowas wie in Deutschland Aktenzeichen XY ähnlich. Nur, dass es halt da nicht direkte Kontakte im Publikum geht. Das ist rein dokumäßig. Da ist reihenweise Zeug von mir drin und hätte ich hier andere TV-Shows und so weiter. Film war dieses Jahr relativ wenig los. Würde ich jetzt vor allem für 2020 nochmal irgendwie gucken, dass das mehr kommt. Da steht eventuell eine Mini-Doku-Serie an mit meinem langjährigen Freund, dem Devin Bronson, dem ehemaligen Gitarristen von der Erva Levine. Wir wissen noch nicht, wann das Projekt kommt, aber das wäre eine Mini-Doku-Serie mit einem sehr bekanntes Thema. Kann ich auch noch nicht so viel dazu sagen. Die sind aber immer noch im Skript-Status und es ist noch nicht hundertprozentig quasi, ich glaube, der letzte Teil der Finanzierung fällt. Aber die sind schon sehr, sehr weit. Also das ist schon sehr, sehr weit. Aber das Skripte sind noch nicht hundertprozentig fertig. Mal gucken. Das wäre für 2020 dann, was ansteht. Und ansonsten musikalisch, ich habe jetzt am Ende Oktober dann endlich seit Jahren mal wieder eigene Musik veröffentlicht. Das war meine EP, War of Roses. Ist in den ganzen üblichen Kanälen Apple Music, Spotify, Bandcamp, Google Play, ist überall quasi zum Streamen. Das ist quasi so ein bisschen für mich auch Visitenkarte für Leute in dem Business und so weiter und so fort. Also ich muss zugeben, ich habe nicht so viel Promo dafür gemacht. Aber das ist eher auch ein Herzensprojekt und es ist halt wahnsinnig viel Arbeit steckt da drin. Da haben wir auch Orchester dafür aufgenommen. Ich glaube, darüber haben wir gesprochen und das hat mein Kumpel, der Matt, in den In-Flight Music Studios gemischt. Hier in Downtown LA auf einer großen SSL. Und das ist natürlich dann schon auch alles in einem großes Kino. Und das war Zeit, dass das endlich mal rauskam. Wir haben jetzt nur eine EP veröffentlicht, weil wir immer noch Sänger für die restlichen Tracks suchen. Wir haben schon sechs weitere Tracks, das Instrumental quasi tut er komplett fertig. Also hoffe ich, dass wir da relativ bald Sachen nachschieben können und nicht aus den vier Jahren oder so. Apple TV Plus Serie. Also es ist in dem Fall dann eine Streaming Serie. Sorry. Aber fällt quasi noch unter die TV-Kategorie irgendwie vom Prinzip her. Ja, aber das ist mittlerweile natürlich wahnsinnig fluktuierend sozusagen. Das Lustige ist auch, meine Frau arbeitet für ein nagelneues Startup. Die werden im April mit den großen Kanonen rauskommen, weil die quasi ein hochqualitatives Kurzform-Videostreaming-Portal öffnen. Das heißt Quibi. Und das ist unter anderem gegründet worden von Jeffrey Katzenberg. Das ist ein ziemlich bekannter Hollywood-Producer hier. Und auf der Tech-Seite der CEO ist Meg Whitman. Die war vorher schon bei HP und bei eBay und so weiter und so fort. Langjährige Frau in der Tech-Branche, im Executive-Bereich. Und die gehen mit hochqualitativen Kurzform-Content auf den Markt. Das heißt 10-15 Minuten. Also auch was du halt oftmals auf YouTube hast, aber halt alles high-quality, top-level Talent-Produktionen. Das heißt, die geben da auch richtig halt viel Geld aus. Und da sind auch schon dicke Namen dabei. Hintergrund ist, das ist alles nur auf mobil. Das heißt, es wird nur auf Telefon und Tablets geben. Und das ist dafür gedacht, wenn du halt 10 Minuten beim Arzt jetzt im Warteraum sitzt irgendwie und wartest auf deinen Termin oder du fährst irgendwo 10 Minuten im Bus oder 15 Minuten hier und so weiter. Das sind wirklich in kurzen Packets Sachen, Content, in allen möglichen Bereichen. Von quasi Filmen, die in kurzen Chaptern sind oder TV sehen, wie man es auch immer nennen will. oder Dokumentaries, News, Kochshows, whatever. Also die gehen halt wirklich ganz, ganz extrem auf die mobile Schiene. Wird es auch nicht als Browser-Applikation geben, zumindest nicht am Anfang. Es ist wirklich ganz, ganz spezifisch auf mobil irgendwie als Streaming angesetzt. Und bin mal gespannt. Warten wir sehen, ob die Erfolg damit haben. Also weiß keiner, wohin das geht, aber die hauen da ziemlich Kohle auf den Tisch. Das wird interessant. Ich habe immer wieder mal Sachen, die mir im Kopf rumgehen. Soll ich vielleicht auch mal noch einen YouTube-Channel aufmachen und so weiter und so fort? Aber ich will Musik machen. Ich komme da, da gäbe es so viele Ideen, die ich habe, aber ich weiß ganz genau, das wird mich von dem wegbringen, was ich eigentlich machen will. Das ist hier mit meinen, mich mit meinen Synthesizers eingraben und dann Composing und so weiter. Von daher habe ich die ganzen Sachen noch nie angefangen und auch da wird es mir nicht langweilig. Also ich sehe da schon relativ positiv in der Richtung. Ich habe echt ein ziemlich gutes Jahr hinter mir. Mal gucken, was eben sich nächstes Jahr so ergibt. Bin auch gerade frisch verheiratet irgendwie seit Mai. Das kam auch noch mit dazu und jetzt dadurch dann demnächst dann auch endgültig mal dann meine Green Card. Wir haben jetzt unser Interview kurz nach dem Namen irgendwie. Und dann ist der Mist endlich vorbei. Also ich bleibe auch hier in den Staaten. Erstmal in naher Zukunft, da wird sich nichts ändern. Nee, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich relativ positiv, was das ganze Business angeht. Also wir sind auch eigentlich in einer coolen Zeit, was du mittlerweile produzieren kannst irgendwie und was es für einen neuen Synthesizer gibt. Das ist echt ganz spannend irgendwie von daher. Und wie gesagt, langweilig wird es mir sicherlich nicht. Und speziell nicht mit dem neuen Rechner.